Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns mal eine Action Cam, die sogar in 4K aufnehmen kann, an. Der Preis ist nicht zu hoch, sie hat einen eigenen Touchscreen verbaut und ist außerdem sehr gut verarbeitet. Also freut euch drauf. Ja, was haben wir in diesem Paket? Ich habe das Ganze von VicCam zugesandt bekommen. Finde ich ultra cool, da ich mich ja sowieso sehr für Fotografie und Film und das Ganze interessiere. Und habe natürlich gesagt, klar, bin ich auf jeden Fall dabei bei dem Review. Wir sehen hier mal den Karton. Hier seht ihr ihn. Finde ich schon mal das erste, ja, der erste richtige Pluspunkt an dem ganzen Produkt ist die Verpackung. Ich finde, eine Verpackung sollte einfach nicht billig wirken und ja, sollte immer hochwertig wirken. Und genau das haben die hier wirklich auf jeden Fall erreicht. Ihr seht es hier, man kann das so hochsliden und abziehen. Und dahinter befindet sich dann die Action Cam in einem wasserdichten Gehäuse. Ich würde sagen, wir holen das Ganze mal raus. So, genau, ich lasse sie mal gerade hier drin noch liegen. Finde ich cool gehalten mit diesem abgeschrägten, ja. Legen wir mal zur Seite und hier befindet sich jetzt noch das ganze Zubehör mit drin. Ich würde sagen, das können wir mal wieder schließen, um das Ganze hier ordentlich zu halten. Was ist alles an Zubehör dabei? Ihr werdet staunen, es ist eine Menge dabei. Es sind die gleichen Halterungen wie von den GoPro Action Cams, die ihr vielleicht kennt. Kleine Bedienungsanleitung noch und ja, würde ich sagen, lernen wir das Ganze einfach mal aus. So, was haben wir alles dabei? Wir haben verschiedene Halterungen dabei, die wir an verschiedenen Gegenständen festmachen können. Schienen, Klebepads, Kabelbinder, eine Lenkradhalterung, ein Mini-USB-Kabel für das Laden der Kamera, zwei Seile, oder Seile eher Schlaufen, um die Kamera am Handgelenk zum Beispiel festzumachen oder auch sonst an beliebigen Gegenständen. Hier nochmal Klebepads, also wie ihr seht, man kann sie wirklich ja universal einsetzen und hat da auf jeden Fall nicht am Equipment gespart. Kommen wir mal zur Kamera selbst. Die Kamera selbst kommt hier in diesem Unterwassergehäuse. Finde ich auf jeden Fall echt eine coole Sache, weil ich meine, gerade eine Action Cam will man vielleicht auch mal, keine Ahnung, beim Rafting auf dem Kopf haben, im Wasser oder sonst wo dabei haben, wo sie eben auch mal wasserdicht sein sollte. Und dahinter befindet sich jetzt die Action Cam. Ich halte sie euch gerade mal ins Close-Up, dass ihr sie mal seht. Super schön verarbeitet. Ihr seht's. Ich habe jetzt mal noch die Folie drauf gelassen. Ich meine, warum auch nicht? Das Ganze lässt sich super gut bedienen über den Touchscreen. Ich habe es hier gerade schon mal angeschaltet. Ihr habt so einen kleinen Sound vielleicht gehört. Und ja, man hat die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Aufnahme-Modi zu wählen. Wenn man hier draufklickt auf den Modus sozusagen unten, sieht man direkt Ultra HD, also 4K in 24 Frames per Second. Und ansonsten eben noch in 30 oder 60 Frames kann man hier aufnehmen. Sonst kann man natürlich zwischen Foto und Video switchen, also entweder Fotos oder Videos aufnehmen. Das Ganze funktioniert wirklich sehr zuverlässig, auch ohne den Touchscreen mit den verbauten Knöpfen. Das heißt, wenn man das Ganze natürlich im Gehäuse hat, hat man eben hier einmal den Aufnahme-Modus noch und dann die verschiedenen Modi, die man wechseln kann. Und hier eben Start und Stopp. Genau. Ich habe das Ganze natürlich für euch noch am letzten Tag, wo das Freibad hier offen hatte, bin ich noch mal hin. Da kam zufällig die Kamera schon an, bin reingehüpft und habe das Ganze mal unter Wasser gefilmt. In einem Thermalbad wollte ich das Ganze jetzt nicht ausprobieren. Ja, das käme da nicht so gut, denke ich. Deswegen bin ich da noch schnell zum Freibad hin. Schaut am besten mal kurz selbst, was ihr von der Unterwasser-Qualität haltet. Ja, ich denke, ihr habt es gesehen. Also die Unterwasser-Qualität finde ich auf jeden Fall absolut spitze. Es ist gestochen scharf, auch durch diese Linse bzw. durch diese Glasplatte hier vorne von dem Wassergehäuse, von diesem wasserdichten Gehäuse. Und ich muss sagen, es ist wirklich super verarbeitet. Die Qualität sonst, wenn ich ganz normal gefilmt habe, ich habe das Ganze mal mit dem Stabilizer noch gefilmt, mit dem Smooth-Q Gimbal. Ist eigentlich für Smartphones. Dank dieser wasserdichten Halterung könnt ihr es aber auch so direkt reinklippen. Hier seht ihr es nochmal. Also lässt sich trotzdem super gut damit verwenden. Genau, mit diesem Gerät kann man superschöne Aufnahmen erzielen. Auch mit dieser Action-Cam, also echt wackelfrei. Sonst kennt ihr es ja, dieser Action-Cam-Look natürlich ist jetzt natürlich nicht zu vergleichen mit einer Sony Alpha zum Beispiel, wie ich sie auch hier filme übrigens. Ich finde die Qualität trotzdem sehr gut für diesen Preis. Also die Kamera kostet, meine ich, um die 100 Euro. Genau, den Preis seht ihr hier nochmal eingeblendet. Und ja, im Vergleich zu einer GoPro ist das natürlich ein Witz und ihr habt trotzdem eine 4K-Action-Cam, die alles bietet, was das Herz begehrt. Vor allem die Unterwasseraufnahme, wie schon angesprochen, ist wirklich super. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von der Kamera haltet. Sagt ihr eher bei euch, ja es muss die GoPro sein, allein vom Namen her, ähnlich wie es bei manchen mit dem iPhone ist. Oder sagt ihr, gibt solchen Kameras jetzt auch mal eine Chance. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen und nicht nur, weil ich das Produkt jetzt gesponsert bekommen habe, sondern weil ich die Kamera selbst wirklich super finde. Ich kann euch empfehlen, probiert es lieber mal aus, ein etwas preisgünstigeres Modell zu kaufen, anstatt gleich eine GoPro. Ihr werdet auf jeden Fall von der Qualität her nicht enttäuscht sein. Heutzutage ist es wirklich schon möglich, solche Kameras auch in diesem Bereich herzustellen, vom Geld her. Und ja, ich muss sagen, auf jeden Fall ein Top-Produkt. In nächster Zeit werden noch ein paar weitere Reviews zu verschiedenen 4K-Action-Cams folgen. Ähnlich auch wie bei den Bluetooth-Lautsprechern. Ihr seht ihn, im Hintergrund steht auch noch einer, den ich neulich getestet habe. Videolink dazu findet ihr hier nochmal. Ähnlich wie bei den Bluetooth-Lautsprechern auch, genau, werden auch in Zukunft ein paar Vergleichstests... Ups, jetzt ist die Kamera ausgegangen. ...werden auch in Zukunft ein paar Vergleichstests kommen. Zwischen den verschiedenen Low-Budget-Action-Cams, 4K natürlich, wenn möglich. Und ja, dann werde ich euch ein kleines Ranking zusammenstellen, einfach in der Playlist. Platz 1 wird dann die von mir Best-Gerankte sein und so weiter. Werde ich dann aber auch nochmal alles genau erklären. Also bleibt dran, um nichts zu verpassen, abonniert doch den Kanal und lasst mir ein Like da. Dann sehen wir uns schon im nächsten Video. Ciao! Bis zum nächsten Mal.